so machen wir es ey guck jetzt hast du auf meine Server OP bekommen auf meinen geilen Spawn also ich finde der Spawn ist mal richtig geil gelungen jetzt will ich auf deinen Server OP ich hab mich eh wieder de-opt wie sollst du dich wieder de-opt? wie sollst du dich wieder de-opt? Ich gucke gerade mal auf den Call of Duty 4 Server. Call of Duty? Ja, Minecraft Server kann man auch zu Call of Duty 4 machen. Call of Duty Server! Call of Duty? Hast du einen Call of Duty Server? Nee. Achso. Call of Duty Server ist geil. Das folgende Video wird präsentiert von Nitrado, High-End Preplay Game Server. Hi und willkommen zu einem neuen Video von Nitrado. Heute sind wir, wie man diese kennen kann, und ich bin heute auch gar nicht alleine. Der Serverbruch mehr Slots. Das ist der da, ne, Leute? Das ist kein Slow. Hallo? Wer ist da jetzt? Ey? Black Human, du wisst ja, das ist ein Call of Duty Passwort, ne? Ich brauche auch den Benutzernamen. Ja, das sage ich dir noch, warte ab. Ey Leute, wundert euch nicht, warum ich manchmal dann auf einmal weg bin. Wieso? Ich habe einen Virus. Du hast einen Virus? Wie kommst du drauf, ey? Wie? Wie kommst du drauf, dass du einen Virus hast? Dass sich mein PC ausschaltet? Manker. Wurdest du kein Antiviren-Programm? Keine Ahnung, weil ich kenne es auch. Schiffst du doch. Jetzt bitte. Ja, ja, okay. Also der Name ist Gandiman93. Schreib's doch gleich im Chat. Hm-mm. Mag ich mich sogar nicht. In einem Einzelchat. Hm-mm, mag ich mich sogar nicht. Paschreiben schon. Mag ich mich sogar nicht. Warum? Da habe ich mal Schitz, dass irgendjemand dir sieht. Das sieht niemand. Ne, ich will es aber nicht so gar nicht. Sardcrafter hört es aber, Sardcrafter hört alles. Ja, der weiß das ja auch. Der ist halt sogar nur ein fein anderes. Benutzernamen? their Gundiman93. Gundy Man Ja, Gundy Man 93,7,8 93,7,8 Ja Was wird? Hast du schon eingegeben? Ja Seit schon Ruby Man 97,8,7 So, oder? Was ist der Benutzername? Auch 10 Das ist aber niemand falsch in das geschrieben, oder? Nee, ich hab das gesagt, was du geschrieben hast, den ich nicht Ist das der Benutzername? Warte, was hast du mir eigentlich geschrieben? Was ist das Passwort Bubi, oder? Ruby Man 97,8,7 So Warte Hey, ich hab gar nichts bekommen, achso Mit Y wird das geschrieben Und I, weißt du? Y, I, I, weißt du? Bubi wird mit Y, I, I geschrieben Ja, schreib einfach die Daten im Chat, Junge Nein, ich mag das nicht, ich mag das nicht, ich mag das nicht, dann fühle ich mich mir so ökert Boah, eben dann in dem Chat schauen Boah, eben dann in dem Chat schauen Das kommt mal nicht aus, Junge Ich mag das nicht so gerne Anna, ich verstehe das, sonst, Alter Bubi Man 97,8,7 Das ist ganz easy So wie man es sagt Ja, aber ich brauch den Benutzernamen Bubi Man 87 Alter, Bubi Man oder Styler Name Bubi Man, nochmal Bubi Man? Ja Ja, Junge, Bubi Man Zahl? 97,8,7 Okay, Benutzername? Das wird zusammengeschrieben, das weißt du. Der Benutzername und das. Das ist zusammen der Benutzername. Gundyman ähm und dann Bubi. Alter! Gundyman weiter. Gundyman, 8,7 Ja. Und dann dahinter Ja, 5,9 8,7,5,9 Und dann dahinter Ähm, Bubiman Ja Und dann kommt deine Telefonnummer dahinter Bubiman 97 Der Typ Ich wollte es zu, ey Was? Ach, ihr geht mir nicht die richtige Konsole an. Also, nur dann. Ich stelle den anderen zur esos an. Nein, 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 nein. cima, bitte Dann ist er weg Das wird sein ganz. Das ist alles im Eimer Das ist das nicht Die telefonnummer Und aber Bumi macht das gar nichts aus, dass jemand den Server gegrieft hat. Wisst du warum? Weil du cool bist. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020